Dies ist ein Tutorial aus der Serie Frage und schnelle Antwort. Die Frage ist, warum tauchen auf einer Rechnung noch die Beispielkontoinformationen aus, obwohl Sie die richtigen Kontendaten eingetragen haben? Im Klartext, Anwendungen, Buchhaltung, Konten, haben Sie ja dieses Geschäftskonto oder mehrere Konten deklariert, wie auch immer, ist auch richtig alles eingetragen, aber bei einer Rechnung oder bei einem Lieferschein, das heißt, unten am Gruppenfuß bei einem DIN A4-Ausdruck kommen die Beispieldateien. Unter Administration und Systemeinstellungen können Sie bei Texte, Kontenangaben nun angeben, was ausgedruckt werden soll. Beispiel, wir haben unten unsere verfügbaren Konten, nun können Sie per Doppelklick die Informationen einfach nach oben übernehmen. So, und wenn Sie das getan haben, das heißt, wenn Sie die Konten oben haben, die Sie dem Kunden als Zahlungsziel zur Verfügung stellen wollen, können Sie das Ganze abspeichern und nun werden die richtigen Konten auf Ihren DIN A4-Ausdruck eben ausgedruckt. Das war's schon. Vielen Dank.